So, dahin. Kann der? Plant Bot. Eine Kiste. Stuhl, Large Chest, Cooker, Door, Table. Ach, eine Tür kann ich machen. Das ist geil. Okay, was haben wir hier? Den Weapon Workshop und den Building Workshop. Den sitzen wir mal daneben und können jetzt bauen. New Level. Okay, dann einen Boden. Eine Glaswand und eine Leiter. So, Glaswand. Bauen wir mal eine. Dafür braucht man aber zwei davon. Also, da kann ich nur eine bauen. Das ist ja ärgerlich. Einen Boden. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich baue das einfach mal. Alles. New Level. Heißt das? Kann ich da eine neue Etage bauen? Ups, aber. Ups, 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 ups. Nicht da reinfallen. Das war nicht so gut. Was kommt denn da? Achso. Was ist das denn? Das Thunfisch, ne? Das Thunfische. Okay, hier könnte ich ein neues Level bauen. Mach das nochmal, indem ich das... Wo mach ich das? Wo stehe ich mir selbst am meisten im Weg? Ziemlich genau. Hier. Oh ja, hier ist gemütlich. Hier ist ja mächtig gemütlich. Komme ich da wieder runter? So. Und ich nutze direkt die Chance und setze hier irgendwo noch eine Glaswand rein. Am besten hier hinten so, ne? Oder hier? Ne, es lohnt sich nicht. Vielleicht tatsächlich hier. Hier. Ach cool, das funktioniert also gut. Das klappt wunderbar. Dann machen wir noch den anderen Workshop hier. Den setzen wir mal da hin. Und dann können wir da Waffen bauen. Da brauchen wir was von. Auch von dem Zeug ganz viel. Was gibt's denn hier? Was ist denn das? Steht da gar nicht bei? Da. Stunning Spear, Iron Spear, ein Messer, Kupferschwert, ein Spear, ein Manganeses Spear, da fehlt mir einer für. Ich hab was. Ah, einer fehlt mir nur. Ein einziger fehlt mir nur. Ist ja ärgerlich. Hab ich hier wie so viel Glück gehabt, dass ich das Zeug gefunden hab. Ich kann mir schon fast alles bauen, da fehlt mir nicht viel. Was ist das für eine... Boah, ist der groß. Alter, habt ihr den gesehen? Wie groß war der denn? Bin ich der Hai? Na komm, wir machen mal ein bisschen Action hier. Obwohl, kann ich noch irgendwas bauen? Nö, ich kann quasi nichts machen. Außer mich ins kühle Nass zu begeben und hoffen, dass ich... einen halben Zentimeter weit komme. In der Richtung seh ich schon mal ein Hai. Da renn ich schon mal nicht hin. Ach, ich hab ne Lampe dabei, das ist gut. Also man kann später auch dann auf den Meeresboden und solche Sachen. Alle zum Nahe die Viecher irgendwie. Mein Geschmack. Und was sind diese kleinen Dinger hier? Ich kann die aufsammeln, aber da passiert nichts. Was ist hier drin? 21 Steine. Mann, da werde ich ja reich von. Da bringt mir natürlich überhaupt nichts. Das Ding, wenn da nur Steine drin sind. Aber da ist die nächste Kiste. Die ich mal versuche zu öfter. Komm ich da drauf? Naja, mehr oder weniger. Ah, so, ich kann aber alles nehmen. Äh, ja, take all, ne? Was ist das denn? Energy Sphere Sphere. Grüne Bohnen. Das Ding kann da rein. Das ist 13 Glas und 7 Glaswände. Und ein Extraktor. Das ist ja formidabel. Da muss ich mir direkt mal ne Kartoffel reinhauen. Kann man das hier nicht irgendwie auch abschneiden? Das geht doch bestimmt irgendwie näher, dass man die Dinger cutten kann. Das wäre voll cool. Ach, und da hinten ist auch die neue Etage. Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Angst. Also ich bin mal weg. Ich bin da ein bisschen schissig. Oh, ich war genau im richtigen Moment schissig, wie es aussieht. Habt ihr das gesehen gerade? Da war ein Big Ass Shark. Da hinten ist er. Ich nehme da rein. Boah, noch einer kommt. Ich hab so ein bisschen Angst gerade. Nix für schwache Nerven hier. Ach, da kommt ein Delf... Oh, da kommt ein Delf... Oh, ich sehe nur leider nicht genug. Schade. Ja, da sind sie gerade weg. Toll. Ach, da hinten schön sind. Ah, Delfinschins. Finisher Doll. Ein Plant Pot. Ich brauche eigentlich eher einen Fußboden noch einen mehr. Hier ist noch ein Fußboden. Wie viele habe ich jetzt gemacht? Einen. Ernsthaft? Einen einzigen? Das mache ich mal noch nicht. Kann ich hier was bauen? Nö, aber hier bestimmt, ne? Ja, guck mal hier. Damage 13. Damage 15. Wird jetzt gebaut. So. Ich brauche jetzt dringend eine Waffe. Falls mal was kommt. Warum habe ich hier einen Extraktor drin? Achso, ich habe den da reingelegt. Ja klar. Natürlich. Ich brauche Kohle, aber komme ich nicht dran. Ups. Ist auch nichts drin. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Mir fehlt das Equipment und das Main. Ne, Main Workshop habe ich ja schon einen. Da brauche ich ja nicht nur einen verbauen. Hier ist der Fußboden. Eigentlich müsste das Loch auch durchaus kleiner sein. Na gut. Der Fußboden kommt da hin. Wir machen uns das schön hier. Direkt hinter dem Schwarm Thunfisch und diesem riesigen Hai da hinten. Die sind alle so monströs groß. Und die sind noch nicht fertig, die Kartoffeln. Und ich habe bald Hunger. Das ist nicht gut. Und ich habe nicht genug Fußboden. Hä? Geht das? Achso, der ist unten auf dem Boden. Ah, ich verstehe. Klar. Kann ja nicht gehen. Ups. Wie komme ich eigentlich ins Inventar? Ich habe keine Ahnung, wie der Shortcut dafür ist. Ich muss immer irgendwo hier hinlaufen. Und das machen. Glas. Der Extraktor kommt mit. Das Glas kommt hier oben hin. Der Planting Pot. Den kann ich gerade nicht benutzen. Und das Ding kann ich auch nicht machen. Hat aber auch eh nur... Passiert quasi eh nicht viel. Da sind so viele Sachen auf der Map. Guck mal hier. Das ist zu krass. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Viel einzeteilig. Das ist hier am nächsten dran. Das würde ich sagen, holen wir mal. Und das, meine Freunde, ist ein Barracuda. Also nicht die drei da oben, sondern die lange hier. In die Richtung ist ein weiteres Wrackteil und ein Schwarm Barracudas. Ja, schön. Aber wir haben da jetzt eine Waffe. Komm. Ich habe Hunger. Jetzt nicht mehr. Kann ich die denn... Wie kann ich die denn einsetzen, die Waffe? Wartet mal. Komm ich denn... Ich muss mal eben in die Kontrolls gucken. Jump. Interaction. Map. Mouse Sensitivity. Back. Ride. Down. Inventory. Stop. Funktioniert. Gar nicht so blöd. Stunning Spear. Das war noch nicht fertig, ne? War richtig? Ich meine, es ist wieder hell, aber... Ne, das ist noch nicht fertig. Und? So, die Jungs, da noch eine Etage. Achtungsküle, nass. Kann ich vielleicht Thunfisch fangen? Oder Mantarochen? Oder Fische? Kann ich kleine Fische fangen? Fischis? Warte, Thunfisch. Thunfisch. Ah, ich will den Thunfisch fangen. Warum kann ich den Thunfisch den nicht töten? Hallö, den kann man noch offensichtlicherweise essen. Das war doch jeder. Kein Geheimnis jetzt. Ich weiß aber nicht, wie man kämpft oder so. Ich kann hier irgendwie klicken, aber... Ich sehe den nicht viel. Ich bin hier die Befürchen, dass mich dann... sehr bald... sehr schnell... irgendwas zerlegen wird. The winner takes it all. Es gibt zu viel hiervon und viel zu viel davon. Und... Boden. 14 Boden. Und ich muss das einsetzen, weil ich sonst Zufüllung habe. Ich frage mich gerade, wie ich diese Waffe einsetze. Ich frage mich ja gerade, wo die Haie sind. Kiste. Take all. Weg. Schneller. Man muss hier so ein bisschen Exploring machen, ne? So ist klar. Das funktioniert das Ganze natürlich nicht. Da hinten scheint irgendwas hier zu kommen, irgendwas zu sein. Zumindest laut dem Map. Vielleicht dieser Pot Gold. 81 Münzen. Da kommt ein Hammerhai. Ich bin mal eben weg. Hast du mich gesehen, ne? Da kommt immer noch ein bisschen. Wieso kann ich die denn nicht... Ah, wieso kann ich denn die nicht töten? Ist doch irgendwie logisch, dass man... ...Totfisch fangen kann. Den Hai, den will ich... Ach, den Hai. Den Wal, den kann die sowieso nicht. Der da so vorbei schwimmt. Wissen wir uns, was das für ein S? Der da. Ja? Welcher Wal? Welche Walart? Wer von euch kennt es eh aus? Also von den Punkten her würde ich... ...würde man vermuten, es wäre ein Walhai. Aber der hat das Maul offen und von der Form her... ...hier mit den Streifen unterm Bauch ist es ein Blauwal. Ein ausgewachsener Blauwal. Und ich habe Kartoffeln gesammelt. Plant. Plant. Okay, da bleiben immer ein paar über. Das ist super. Das heißt, ich kann mir jetzt noch ein paar reinziehen. Und hier den Boden ausbauen. Was ich gerade für eine gute Idee halte. Boden. Zack. 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 Und natürlich hier oben. Auch mehr Boden. Was mache ich denn hier rein eigentlich für ein Zeug? Oh, ich habe schon noch nichts mehr. Das war natürlich auch wieder super intelligent. Dafür kann ich jetzt aber hier... Ich sage jetzt einfach mal 2, 2. Das lassen wir so. Wir machen jetzt einfach mal hier. Und aus dem Posten. Dann machen wir das 4, 4. Das wird ja dann noch ein bisschen breit. Aber das können wir so lassen. Zack. Hallo, ihr Thunfisch. Ah, das sind auch Delfine. Ach, das ist schön. Und da? Das sah gerade aus wie ein Parakuda, aber es war keiner. Ich mag das. Ich mag das. Also ich habe das Ding hier denkbar ungeeignet hingesetzt. Was haben wir jetzt gemacht? Ach, da oben habe ich den hingesetzt. Äh, das war nicht gut. Ich wollte eigentlich ein Ding jetzt hier machen. Einen Fuchsboden. Aber ich kann keinen Fuchsboden machen, weil ich keinen herstellen kann. Kann ich denn... Den kann ich bauen. Mit dem kann ich vielleicht was anfangen. Mit dem Equipment Shop. Shop vor allen Dingen. Wo tue ich den hin? Da jetzt einfach mal. Und da kann ich... Ah. Bessere, äh... Besseres Gear. Und hier 7 Minuten plus 5 Minuten plus 3 Minuten. Extract Resources. Overpaw Drill. Underwater Scooter. Geil. Da kann man so... Durchs Wasser unten. Und eine Bandage, falls ich mal von einem Hai gebissen werde. Damage Reduction. Okay, unten sind da die besten Sachen. Das ist gut. Und ich habe immer noch Hunger. Und da wird schon wieder nichts mehr zu essen. Das kann doch auch nicht sein. Dann geht los. Hier muss eine Glaswand rein. Ich baue überall Glaswände. Rausreißen kann ich sehr immer noch. Super sehr ersetzen. So, aber dann komm. Wir machen jetzt tatsächlich mal... Was habe ich hier noch im Inventar rumfliegen? Noch 10 Glaswände. Die können wir mal rausnehmen. Und normale Glasdinger. Aber ich habe keine Samen. Kann ich also eh nicht benutzen. Also habe ich jetzt kühle Nass. Vor allem, wie gesagt, der Typ die ganze Zeit in seinem Trainings... In seinem Unterwasseranzug hier. In seinem... Mein Gott, Taucheranzug heißen die Dinger. Rumrennen muss der arme Junge. Ich wollte auf die Karte gucken, ne? Was war am nächsten dran? Das in der Richtung. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Tolles. Mantarochen, finde ich. Hier war nur diese Kiste, ne? Oh, Barracuda. Der ist aber weit genug weg, hoffe ich. Hier habe ich... Okay.